Das Gewehrschießen wird nicht von großen, schnellen Bewegungen bestimmt. Ausschlaggebend sind behutsame und feine Wendungen, die Balance Kopf und Auge in Position bringen. Dabei sind Präzision, Gleichmäßigkeit und Harmonie die entscheidenden Qualitäten. Der Kopf wird zur Irisöffnung gedreht und taucht dann in die Visierlinie. Eine gerade und langsame Annäherung ans Zentrum kommt nur zustande, wenn die Balance stimmt und die Muskulatur entspannt ist. Um das Zielbild genau zu erkennen, müssen Kopf und Auge sorgfältig abgelegt werden. Das muss von Schuss zu Schuss völlig identisch geschehen. Nur dann ist jede Zentrierung des Rings verlässlich. Je näher die Kamera heranfährt, desto deutlicher sind die verschiedenen Aktivitäten des Auges zu erkennen. Die Einstellung der korrekten Entfernung zum Diopter. Der zentrische Blick in die Öffnung. Die Erfassung des Zielbildes. Die Steuerung des Rings in das Zentrum. Die Verfolgung der Bewegung. Das Auslösen mit geöffnetem Blick. Und das Nachhalten bis zum Rückfall des Korns ins Zentrum. Diese winzigen und feinen Bewegungen regulieren die Präzisionen deines Schusses. Du solltest sie mit deinem Handy von nahem aufnehmen, um die Arbeitsweise deiner Augen zu beurteilen. Denn deine Resultate entscheiden sich hier.